Hallo Leute, hier mal kurz mal wieder ein kleines Infovideo und ich will euch sagen, was in den nächsten paar Tagen folgen wird, was hochgeladen wird, wie es weitergehen wird und ja, halt auf jeden Fall werden jetzt ein paar Videos folgen, als nächstes wahrscheinlich ein Filmtipp und danach ein paar Underrated Rubriken und vielleicht sogar noch MyDigar Weekly, so wie früher immer und ja, mal schauen, was sich draus machen lässt. Ich werde jetzt halt die anderen anschreiben und mal schauen, was wir so als Filmtipp als nächstes nehmen könnten. Stay tuned, MyDigar. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.